mehr oberlisken also da hinten ist schon mal ein aber erst mal munition vor hier platzieren gerne doch schalten sie ein wasserspeier nahkampf wahrscheinlich tut okay ich habe nicht gedacht dass die waffe so stark ich werde durchgehend angekotzt ja mit amelie läuft relativ aber 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 lasst mein woran das von der möbelhahnung brego italiano bora beschützen wo bist du meinst du den kriegen wir gemessert so brauche noch ein bisschen der kerl da braucht man ein bisschen stirbt dieses auto in was sind immer so so wir haben noch zwei fähigkeitspunkte die geben wir hier drauf und machen ein bisschen schneller nach wie was bist du bist blau ich sehe den gott gar nicht wo ist der egal sondern ich schnapp mal den kerl uns hier gleich mal so schalten sie ein skorpion im nahkampf aus bevor er das nest zerstört bevor das nest zerstört mir das überhaupt wiegelhafte teile ja hier gibt aber verdammt ab mann ich habe bereits ein james packen 1000 bringen die dinger ich habe immer noch nie mehr egal ich halte alles aus ich halte alles aus fast alles fuck komme ich jetzt eigentlich noch mal scheint irgendwie geregelt zu sein japan mein ems scheint immer noch zu stehen Habe ich immer noch ein IMS? Ne, jetzt kann ich es einsetzen. Mission gescheitert. Naja Jungs, tut mir leid. Ich habe es versucht. Wir machen das demnächst nochmal. Aber ich wollte euch jetzt einfach nur mal mit in den Modus da reinnehmen und euch die Map so ein bisschen präsentieren. Wir haben viel gefehlt in diesem, sagen wir mal, Mini-Let's Play. Aber naja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, auch noch ein Abo. Dann werden mehr so Videos kommen. Beziehungsweise wahrscheinlich bessere Videos. Aber naja. Und was ich nebenbei noch erwähnen wollte, für alle, die zuschauen und doch mal Lust haben, mich zu etten. Oder ähnliches. Oder mal mit mir zu spielen. Hier, da drüben, seht ihr meinen Game Attack, ja? CC Vortex V1. Da könnt ihr mich gerne mal atten. Ich nehme dann an. Schreibt am besten noch dazu. Ja, hey, ich habe dich auf YouTube gesehen. Wird mal gerne eine Runde mit ihr spielen. Dann können wir das gerne einbringen. Bin eigentlich für alle Games offen, die ich da habe. Und ja, dann sehen wir uns entweder bei eurem At oder beim nächsten Video. Das war's. Euer Vortex. Haut rein, Leute. Das war's.